Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute bin ich da mit einem Geburtstagspostpäckchen von der lieben Svanche, also von der lieben Fimo Tinker. Sie hatte mir ein Päckchen geschickt, denn ich habe heute Geburtstag und es kam auf den Tag heute an und ich bin mega aufgeregt, weil die liebe Svanche mich seit ein paar Tagen damit angestichelt hat. Ich habe auch versucht, was rauszukriegen, aber ja, meine Taktik hat nicht so ganz geglückt, deswegen musste ich bis jetzt warten und ich bin mega aufgeregt, weil sie es sehr, sehr spannend gemacht hat. Ich habe das Paket schon mal aufgeschnitten und ihr könnt schon sehen, das ist alles in diesem Paket gewesen. Es ist riesig groß und oh mein Gott, das ist so, so viel. Ich bin schon mega aufgeregt und ich würde sagen, wir starten jetzt auch. Ich zeige euch jetzt erstmal kurz die Post, die sie mir mit reingelegt hat, weil ich dachte schon, ich sterbe, wo ich das gesehen habe. Und zwar schaut mal das an. Sie hat einmal Little Twin Stars Papier und hat mir hinten halt Geburtsgrüße draufgeschrieben und ein paar liebe Worte und natürlich wird das direkt laminiert und aufgehangen, weil ich das so, so Zucker finde und so. Das bekommt man ja nicht alle Tage. Also vielen, vielen Dank schon mal dafür und auch für die lieben Worte. Und guckt euch mal das bitte an. Ich dachte schon, wo ich das gesehen habe, oh mein Gott, Zucker, habe ich mich schon so gefreut darüber. Und dann der nächste Oberburner, was ich schon entdeckt habe. Und zwar ist das dieser Traumfänger hier. Ich zeige ihn euch mal jetzt so im groben Überblick und ich muss wirklich sagen, ich stehe absolut auf Traumfänger. Ich habe vor Jahren, das war 2007 oder 2008, nee, das war 2008 schon, einen Traumfänger bekommen. Das war im Januar. Den hatte ich damals geschenkt bekommen und der ist bis heute bei mir gewesen und ist halt dementsprechend schon voller Träume. Und ich habe letztens schon gesagt, ich brauche eventuell mal einen neuen Traumfänger. Man darf die ja sicher nicht selber kaufen. Die müssen ja geschenkt werden und das auch unwissend. Und von dem her, das ist absolut genial. Der wird jetzt auch einen Ehrenplatz kriegen über mein Bett und ich schwöre ja auf solche Teile. Ich finde definitiv, dass die Magie an sich haben und dass die alles einfangen, was böse ist an der Nacht. Und definitiv richtig, richtig toll und der ist wunderschön. Also ich weiß zwar nicht, wo du das wieder her wusstest, weil ich dir das nicht erzählt habe, aber das ist absolut der Hammer und ich freue mich sehr, sehr drüber. Also da hast du schon mal völlig ins Grüne mitgetroffen und an dieser Stelle ganz, ganz dickes Knuddelchen, Lieblingsbananchen, das ist nämlich der absolute Oberburner. Und ja, jetzt werde ich jeden Tag, wenn ich einschlafe oder aufwache, auch an dich denken. Und ja, das ist richtig, richtig toll. Ich freue mich tierisch darüber und man sieht einfach, wie schön der auch gearbeitet ist. Ja, das ist richtig, richtig toll. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich lege das jetzt hier mal so zur Seite und dann könnt ihr schon sehen, oh mein Gott. Sie hat es wieder völlig übertrieben und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange jetzt einfach mal hier an. Und ja, schaut mal her. Hier haben wir ein Paket, das ist so mit so schönem Schmetterlingspapier. Und ich bin wieder schlecht ausgerüstet. Ich habe natürlich wieder keine Schere dabei. Naja, das muss so funktionieren. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Also hier ist so schönes Schmetterlingspapier. Habe ich auch noch nicht gesehen. So, dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie aufkriegen. Was ist denn das? Summer holidays. Enjoy your drinks. Klingelt das Telefon. Oh, ich bin nicht da. Oh. Da ist was drinnen. Hört ihr das? Da klingelt es raus. Das ist das, was selbstgemacht ist. Ich lasse es drinnen. Wir machen das zum Schluss. Ich bin gerade total abgelehnt durch das Telefon. Meine Mom sprintet aber schon zum Telefon gerade hin. Bestimmt für mich, aber ich habe jetzt keine Zeit. Auf jeden Fall machen wir das jetzt zum Schluss auf. Und da steht Summer holidays. Passt gerade, weil wir auch in elf Tagen in den Urlaub fliegen. Und ja, da soll es hoffentlich dann genauso schön werden. Aber dazu werde ich noch was in einem extra Video sagen. Auf jeden Fall schon mal Daumen hoch für die Dose. Die ist cool. Machen wir dann zum Schluss auf. Ich weiß es nicht, weil das so... Da glöckel... 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 Das ist ein Wort. Da glöckels drinnen. Da glöckels drinnen. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte nichts aufmachen, was vielleicht selbstgemacht ist. Und zum Schluss irgendwie... Ihr wisst, was ich meine. Ich mache jetzt irgendwie weiter. Nur ich weiß nicht. Ich mache mit dem Herz weiter. Das lacht mich schon an. Das ist so eine Herzdose. Und ich habe schon so geguckt... Versucht reinzugucken. Aber ich habe es natürlich wieder nicht hinbekommen. Und die machen wir jetzt auch auf. Und die Dose ist schon mal mega schön. Love is all you need. Oh, das ist so süß. Oh, schaut mal. Lecker. Schmecker. Da sind ganz, ganz viele Milchmäuse drinnen. Ich liebe Milchmäuse. Das ist sowas wie Schokobongs. Ja, die Liebeswanche weiß eben, was ich gerne esse. Ich habe gestern eine halbe Tüte Schokobongs gegessen. Deswegen schadet das natürlich nicht, dass man jetzt sagt, ich esse Milchmäuse. Dann fühlt man sich nicht ganz so schlecht. Aber die Schachtel ist mega süß. Und ich werde die dann auch so lange da drin aufbewahren. Solange ich die dran nasche. Und danach werde ich die vielleicht noch hier ein bisschen verzieren. Mal gucken. Ich glaube, aus der könnte man noch einiges rausholen. Hier so basteltechnisch. Und ja, ich bin momentan eh so wieder ein bisschen Leinwände und so warm machen. Und ich glaube, sowas ist richtig, richtig schön. Vielen, vielen Dank. Da freue ich mich natürlich auch. Auch Süßigkeiten gehen immer. Ich tue das jetzt mal hier irgendwie zur Seite. Sie hat das wieder so schön verpackt. Ich möchte das gar nicht auspacken, Leute. Schaut euch mal das Papier bitte an. Ich habe schon gesagt, oh mein Gott, das kann ich niemals auspacken. Dann haben wir hier ein Päckchen. Wieder mit den tollen Schmetterlingen. Und das machen wir jetzt als erstes auf. Oder als nächstes auf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Sie hat mir, schaut mal, ich sterbe gerade. Sie hat mir Little Twin Star Sticker reingepackt. Nein, sind die goldig. Die sind so süß. Die hatte ich bei ihr auch im Haul gesehen. Und die sind mega schön. Schaut mal das hier an. Das sind so schöne Sticker. Boah, vielen, vielen Dank. Die sind mega schön. Und als würde das nicht noch reichen, hat sie noch einen reingeschickt. Eingetan. Und von Secret Magic. Of the Night. Und die sind auch so süß, diese Hasen. Da habe ich auch Kawaii-Blöcke von. Und das ist so, so niedlich. Oh, danke schön. Kawaii geht immer. Und es ist rosa. Es ist süß. Es ist Little Twin Stars. Es ist richtig, richtig niedlich. Vielen, vielen Dank. Das hätte eigentlich schon vollkommen gereicht. Aber ihr seht schon, wie viele Pakete hier noch liegen. Schaut euch mal das an, wie süß das ist. Sie hat das hier ausgestanzt. Das ist so eine Borte. Und die hat sie dann drumherum geklebt. Und dann diese süßen Puffy-Sticker. Die mache ich mir nachher auch noch ab, weil die richtig niedlich sind. Die klebe ich mir irgendwo an mein Bett hin. Die sind richtig süß. Die sind auch so holographisch. Und sie hat das sehr, sehr schön eingepackt. So Herzchenpapier. Das ist echt toll. Das hat sie so viel Mühe gegeben. Bin ich gespannt. Am liebsten würde ich ja alles sofort aufreißen. Kennt ihr das? Man würde am liebsten alles aufreißen. Was ist denn da drin? Oh mein Gott. Leute. Leute. Oh mein Gott. Ich sterbe gerade. Das ist leer ja. Schaut euch das mal bitte an. Sie hat mir ein Briefpapier-Set geschickt. Geschenkt. Cute Letter. Und oh mein Gott. Ist das nicht süß? Guckt mal. Die sitzen richtig in der Tasse. Da ist Zucker. Oder sollen das Marshmallows sein? Das könnte beides darstellen. Und hier mit der Sahne am Kopf. Das ist ja mal richtig süß. Und schaut mal hier. Haben wir so süßes Briefpapier. Das ist ja mal mega niedlich. Oh du bist so süß. Was du mir geschickt hast. Und es ist pink. Und es ist hier mit so ein paar Sticker noch bei. Das ist richtig, richtig schön. Dort sind fünf Envelopes drin. Also fünf Umschläge. Zehn Letters. Und ein Bogen. So Stickerbogen. Vielen, vielen Dank. Das ist richtig, richtig süß. Werde ich auf jeden Fall auch gebrauchen können. Das sind so Sachen, die man wirklich immer gebrauchen kann. Und wo man sich hundertprozentig sicher sein kann, dass man bei mir im hundertprozentig guten Bereich ist. Weil ja, es ist kawaii, es ist süß. Und guck mal, wie die Hello Kitty schon schaut. Da ist das einfach schon perfekt. Also wirklich. Dann geht es hier weiter mit. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Man kann es null erfüllen. Guck, jetzt ist man hier so rein mit euch. Was ist das denn? Oh Gott, ich sterbe, Leute. Oh mein Gott. Schaut mal, nein. Sie hat mir einmal ein 6x6 Paper Pad von Gorgeous. Oh mein Gott, nein. Sie ist bescheuert. Du bist bescheuert, so Antje. Thorsten, bin ich ein Ernstes. Oh mein Gott. Sie hat mir von, ja, von Santoro heißt die Hauptfirma. Ich denke mal, jeder kennt das von euch. Und oh mein Gott. Ich hatte noch nie etwas von dem, weil ich finde das mega süß immer. Aber man kann sich nicht immer alles kaufen. Schauen wir uns jetzt an. Du bist echt verrückt. Oh Gott, mir sowas Tolles zu schenken. Wie geht das auf? Achso. Achso, man sollte es vielleicht auch hier öffnen. Okay. Nein, ich habe es kaputt gemacht. Aber es geht immerhin auf. Moment. Was heißt, ich habe es kaputt gemacht? Das klebt halt noch dran. Das muss ich nachher noch wegziehen. Das mache ich dann natürlich hinter der Kamera später. Und oh mein Gott. Wie kriege ich das jetzt so raus? Oh, da sind so schöne Papiere drin. Schaut mal. Schauen wir uns jetzt natürlich an. Oh mein Gott. Also es waren die. Du hast es völlig übertrieben. Und wie gesagt, du bist bekloppt. Bist auch meine Lieblingsbekloppte. Ja, das ist ja der absolute Hammer, wirklich. Das sind so wunderschöne Papiere. Oh mein Gott. Schaut euch mal dieses Papier für eine Karte an. Das ist der absolute Hammer. Wahnsinnig schön. Ihr merkt, ich bin total geflasht. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das sind einfach solche Sachen, die das Leben einfach viel, viel schöner machen. Und es ist toll, Menschen zu kennen, die einem so zeigen, hey, ich mag dich. Das ist einfach so, so schön. Gerade jetzt auch in meiner Situation, falls ihr mein letztes Video gesehen habt, da habe ich ja so ein bisschen drüber geredet. Da kommt übrigens auch noch ein extra Video von. Und das ist dann halt einfach schön mal so dann bestätigt, in dem Sinn zu werden, hey, ich mag dich einfach. Das ist so, so toll. Und das sind wunderschöne Papiere. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll, weil es einfach so traumhafte Papiere sind. Alter, schaut euch mal dieses Papier bitte an. Oh, ist das schön. Ich bin total verliebt. Da sind so viele Papiere drin, da kann ich wieder ewig basteln. Ich habe ja schon viel, viel Papier, aber das ist natürlich besonderes Papier. Das ist der Hammer. Hier auch noch ein klein. Das ist wirklich der absolute Hammer. Das ist echt geil. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt angefangen habe. Bin ich durch? Ich glaube schon. Auf jeden Fall der absolute Oberburner. Die sind wunderschön. Also vielen, vielen, vielen Dank. Kriege ich die jetzt da wieder rein? Ohne sie kaputt zu machen. Die Wetten dürfen abgeschlossen werden. Ja, geht problemlos rein. Oh, man kann das... Ja, ich bin ja auch wieder bescheuert. Leute, man kann das da hinten noch aufklappen. Und dann hat man hier nochmal... Ja, das könnte man sich theoretisch aufhängen. Das ist mega geil. Und hier kann man sich das dann wieder zumachen. Oh, das ist echt toll, Liebeswan. Hier, da hast du völlig in Schwarze getroffen. Sie war ja auch schon ganz aufgeregt. Du musst mir unbedingt sagen, wenn das Paket angekommen ist, wie du die Sachen findest. Und da habe ich schon gesagt, das wird hundertprozentig toll sein. Weil du meinen Geschmack kennst. Und weil du weißt, was ich gern mag und so. Aber sie war völlig aufgeregt. Und da habe ich gesagt, ja, ich melde mich dann sofort. Und was soll ich dazu sagen, Svan hier? Du hast es mega ins Schwarze getroffen. Das ist absolut der Hammer. Jetzt habe ich das zugemacht. Und ja, das fummel ich dann später ab. Das ist nicht kaputt. Das ist nur... Von diesem Klebeteil seht ihr das. Das fummel ich später ab. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich. Also du hast es völlig ins Schwarze getroffen, liebes Warn hier. Und es geht weiter. Ich nehme jetzt dieses Paket. Und zwar haben wir hier ein Paket mit süßer Verzierung. Und schaut hier mal. Die gibt es momentan auch bei Action. Das sind solche Nuggets. Solche Glas-Nuggets. Die mega, mega schön sind. Sind richtig, richtig toll. Habe ich persönlich beim Action noch nicht gesehen. War ja auch jetzt schon wieder wochenlang nicht. Aber sind richtig, richtig toll. Und sie hat das richtig schön verziert. Auch mit der Borte und mit den Vögelchen. Das muss ich mir nachher noch alles abfummeln. Und jetzt bin ich gespannt. Was befindet sich hier drin? Also toppen kann sie es glaube ich nicht mehr wirklich. Oh mein Gott, sie kann es toppen. Was habe ich gerade gesagt? Guckt mal. Ich kriege einen Föhn hier. Oh mein Gott. Sie, oh mein Gott. Fitt sich auf. Da ist so ein Glas-Nugget-Bogen drin. Oh, die sind so schön, die Teile. Die habe ich schon in ein paar Holz gesehen. Und schaut mal hier. Das ist so vintage. Oh mein Gott. Die sind richtig, richtig toll. Gerade die großen hier. Und auch diese Vintage-Dame. Vielen, vielen Dank, dass du auch da an mich gedacht hast. Also das ist der absolute Oberburner. Richtig, richtig geil. Da freue ich mich drüber. Und den einen fummel ich mir dann auch direkt ab. Kann man ja nochmal benutzen. Also ich bin auch so jemand, ich benutze das immer nochmal. Es macht ja nichts. Und den klebe ich jetzt mal mit da oben dran. Also vielen, vielen Dank. Das ist mega, mega schön. Da freue ich mich wirklich drüber. Also du kannst es eigentlich nicht mehr toppen. Also die Sachen sind alle für sich einzigartig. Richtig wunderschön einzigartig. Und ja, ich weiß gar nicht, wie man das noch toppen kann. Ich glaube, man kann es auch gar nicht mehr toppen, weil das einfach mein Geschmack ist. Dann da hinten das große Paket, wo mein Name draufsteht. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, was da drin ist, weil ich erfüllen kann. Und zwar hat sie hier ganz toll mit so Namensbuchstaben und Glitzersteine hier meinen Namen geklebt. Und da ist schon wieder so ein geiles Teil drauf. Was ich auch abfummeln werde. Die Teile sind so schön. Und jetzt sieht es gar nicht mehr so schön aus mit dem Fleck. Und ich bin mir ziemlich sicher, was da drin ist. Und zwar fühlt sich das hier oben nach kleinen Blöcken an. Ich habe auch in dem Haul gesehen, ich weiß gar nicht mehr, bei wem es war. Da war irgendjemand beim Action-Shoppen und es gab neue Mini-Blöcke. Und das Problem ist, jedes Mal, wenn ich die Liebeswarnung auf die Mini-Blöcke angesetzt habe, auf die alten Mini-Blöcke, sie waren immer ausverkauft. Jedes Mal. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass da jetzt Mini-Blöcke drin sind. So vom Gefühl her und vom Gewicht her. Und jetzt gucken wir natürlich da rein. Weil die neuen Mini-Blöcke sind ein Traum. Also die sind der Hammer. Also Liebeswarnung, ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich glaube, ja, schaut mal, Blöcke. Oh ja, das sind die Blöcke. Ich kriege Krise. Du hast das so gut mit mir gemeint. Das ist der Hammer. Das ist einfach so schön, wenn Menschen einfach an einen so denken. Und schaut mal, wie viele. Hallo. Was ist los? Das ist so geil, echt. Entschuldigung, wir gucken uns die natürlich jetzt auch an. Einmal haben wir den Mix & Match Summer Breeze Design Blog. Da sind 30 Papiere drin und 10 verschiedene Designs. Die könnt ihr auch alle hier schon sehen. Und natürlich gucken wir die uns jetzt an. Die sind so schön, die neuen Blöcke. Die habe ich ja schon in den Videos gesehen. Und oh mein Gott. Ich mag sowas total gerne. Und die kleinen. Die sind zwar vom Papier relativ, hoppala, vom Papier relativ dünn. Aber gerade mal für eine Karte oder so ist das richtig schön als Hintergrundmotiv. Wetter das jetzt mal durch. Das ist cool, das Motiv. Also Summer Breeze ist halt so eine sommerliche Brise, nenne ich das jetzt mal. Kann man das so nennen. Dann haben wir einmal True Colors. Ist auch ein wunderschöner Block. Auch sehr farbenfroh. Blumig. Blumenregen hier. Sehr, sehr schön. Da freue ich mich richtig drüber. Ich freue mich über alles. Das hört sich immer so blöd an. Man freut sich da drüber und da drüber. Ich freue mich immer über alles. Ich hoffe, ihr versteht immer, was ich meine. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Dann haben wir hier einmal Softtones. Sprekt man das so auf? Softtones? Tones? Keine Ahnung. Das ist so ein Vintage-Block. Und der ist auch mega, mega schön. Ihr seht schon so mit alter Schrift und Rosé, Shabby Chic, so ein bisschen. Oh, schönes Motiv. Also das ist richtig, richtig geil. Also die sind hier drin. Ihr seht ja auch die Designs vorne. Dann haben wir den Block Tatsache, Shabby Chic und Hammer. Das ist so schön. Schaut mal. Hallo, hier bleiben. Hier haben wir Schmetterlinge und Rauten. Auch wunderwunderschön. Ja, das ist halt alles so Rosé, Shabby Chic. Oh, das Papier mit den Schmetterlingen ist auch toll. Und Punkte, also Dots gehen auch immer richtig, richtig schön. Und das reicht ja noch nicht. Da ist noch ein Block drin gewesen. Und Secret Rose. Und ja, die liebe Swan hier, die hatte vor ein paar Wochen beim Actionfilm ich mal eingekauft. Und da hat sie diese A5-Rosenblöcke mir mitgenommen. Und zwar sehr, sehr viele davon. Und ja, ist so wunderwunderschön, weil man mit Rosen einfach oder mit Blumen generell immer was machen kann. Zu jedem Anlass. Und deswegen wunderwunderschön. Und hier sehe ich schon, oh mein Gott. Schaut mal diese Motive an. Alter, sind die toll. Ich habe die ja schon in den Videos angesabbert. Aber natürlich das live nochmal zu sehen. Und die Farben, das wirkt ganz anders als in meinem Video. Ich sehe ja auch hier die Farbe hier zum Beispiel. Das Grün wirkt ganz dunkler als in Wirklichkeit. In Wirklichkeit ist das so ein ganz zartes Grün. Aber im Grunde wunderwunderschön. Also du hast es völlig in Schwarze getroffen. Und ich habe irgendwie die Vermutung gehabt, wo ich das vorne in der Hand hatte. Ich wusste, das sind Blöcke. Das war so, der Sender für mich ist angegangen. Steffi, da sind Blöcke. Und also vielen, vielen Dank dafür. Liebe Swan hier, das ist absoluter Hammer. Und es geht noch weiter. Wir machen jetzt mal mit unserer Hello Kitty hier. Und da bin ich auch gespannt. Das fühlt sich so nach Rolle an. Seht ihr das? Das sieht auch so aus wie eine Rolle. Ich habe aber keine Ahnung. Weil die liebe Swan hier natürlich... Oh, der Sticker ist ja da draufgeklebt. Meike, das habe ich jetzt erst gecheckt. Leute, der Sticker ist da draufgeklebt. Wie geil ist das denn? Es gibt ja auch so Hello Titties. Hello Titties Tüten, alles klar. Hello Kitty Tüten zu kaufen. Aber sie ist sehr geil. Sie hat einfach den Sticker draufgeklebt. Das ist ja lustig. Kann ich mir bestimmt nicht nochmal abmachen, um den zu benutzen, oder? Ne, der geht bestimmt kaputt. Hebe ich mir die Tüte auf. Lege ich mal hier an die Seite. Und hier haben... Ah, Hello Kitty. Und wenn du dann Hello Kitty draufklebst, beziehungsweise dran klebst, Hello Kitty vielleicht drinnen. Kann das sein? Schauen wir rein. Könnte ich mir jetzt jedenfalls vorstellen. Das ist auf jeden Fall eine Rolle. Oh mein Gott. Leute, Leute. Ich kriege die Krise. Schaut euch das mal bitte an. Sie hat mir eine mega, mega große Hello Kitty Washi Tape Rolle geschenkt. Oh mein Gott. Das ist ja mal mega. Schaut euch mal das bitte an. Oh, ist das süß. Also, wir haben hier eine Hello Kitty, die badet. Eine Hello Kitty, die sich schminkt. Freunde von Hello Kitty. Und... Ich weiß gar nicht, wie heißt denn der Hase? Ich weiß es gar nicht. Oh, das ist mega niedlich. Und da ist so viel drauf. Svanche. Vielen, vielen Dank. Das ist ja mal mega geil. Also, das ist richtig schön auch. Ihr merkt schon, ich bin bei jedem Teil begeistert. Das ist einfach der Hammer. Und dann sagst du, du weißt nicht, ob mir das gefällt. Hallo? Das kannst du dir doch denken. Wie kannst du denn daran zweifeln, liebes Svanche? Und hier haben wir noch so ein Mega-Giga-Paket, was auch hier oben so schön rauslurrt. Ich wollte ja vorhin schon mal so rein stibitzen, aber dadurch, weil es so verpackt war, hatte ich natürlich keine Chance, irgendwas zu sehen. Du hast es ja auch so spannend gemacht, liebes Svanche. Was ist das? Die Form ist crazy. Vorsicht, auspacken, zerbrechlich. Ich habe Angst. Was ist das? Okay, vorsichtig auspacken. Was ist denn das Schönes? Da ist nochmal so Bubbelfolie drumherum. Jetzt bin ich gespannt. Ich kann irgendwas erkennen, aber auch nichts. Kennt ihr das? Man erkennt was, man erkennt dann doch nichts. Was ist denn das Schönes? Ist das nicht süß? Oh, ist das niedlich. Schaut mal. Das ist so süß. Das ist so ein Hund, ein Mops. Ich liebe Möpse über alles. Das hört sich jetzt auch leicht pervers an. Aber ich meine die Hunderasse Mops. Ja, die liebe ich über alles. Und sie hat hier ein Mops in Tässchen mir gekauft. Ich hole das jetzt mal da raus. Das müssen wir uns jetzt angucken. Ist das nicht süß? Moment, ich hole das mal kurz näher an mich dran. Da ist natürlich wieder so ein eleganter Knoten drin, den ich nicht aufschwiege. Moment, kann es sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Was meint ihr, ich kriege das jetzt auch? Oh, furchtbar. Das meine ich. Ich vergesse immer irgendwas zu holen und naja. Wir haben es gleich. Knister, knister, knister. Ich bin schon kurz vorm Ende. So. Ich habe es. Und ich hole den süßen jetzt nochmal raus. Ist das niedlich? Ist das niedlich? Schaut euch das mal bitte an. Ist das nicht absolut Zucker? Oh, ist das süß. Der kommt auf meinen Schreibtisch im Videohintergrund. Der ist mega schnuffelig. Jetzt würdet ihr dich richtig angucken. Oh, ist das süß. Vielen, vielen Dank. Der ist so niedlich. Und dann vor allem noch so ein rosa Topf drinnen. Das ist wie so fast schon ein Welpe, ne? Also der von der Größe her. Also wir hatten damals auch mal einen Hund gehabt. Wir hatten ja einen Lase-Ab so mal gehabt. Wo wir den geholt haben. Der hat hier in die kleine Handfläche gepasst. Deswegen, ja. Mann, warte, das ist ja schon lange Zeit her. Aber das sind dann solche Sachen. Da wird man wieder dran erinnert. Und das ist total niedlich. Also vielen, vielen Dank. Da freue ich mich richtig drüber. Wie gesagt, ich freue mich über alles. Und jetzt kommen wir zu der letzten Sache. Und zwar hier in dem Summer Holidays. Ich habe immer noch keinen Plan, ob das jetzt was Selbstgemachtes ist. Oder, ich weiß es nicht. Es hat sich so nach Glöckchen angehört. Ich hole das jetzt mal raus. Die Dose finde ich auf jeden Fall mega. Passt, wie gesagt, zum Urlaub. So, und schauen wir mal rein. Oh, nein. Nein, schaut mal. Da ist was Selbstgemachtes drin. Und zwar eine von ihren schönen Schokoladen. Oh, ist das toll. Sie hat hier jetzt so große Schokoladen gegossen. Und, oh, sind die toll. Und schaut euch das mal bitte an. Das werde ich mir auch an meine Zimmerwand hängen. Und sie hat hier so eine große Schokolade gegossen. Und hat die im Hello Kitty Stil gemacht. Die sind wunderschön. Und hier oben mit so einer süßen Libelle noch dran. Das ist ja mal mega schnuffelig. Und hinten hat sie es beglitzert. Das sieht in den Videos immer anders aus, wenn man das dann wirklich in den Händen hält. Das ist ganz, ganz krass. Also, wenn ich das durch das Display und in echt sehe, man sieht oftmals gar nicht, wie wunderschön das wirklich glitzert. Oder halt auch wirklich im Resin eingegossen ist, wie wunderschön das aussieht. Das vergisst man immer dann, weil man das nicht richtig sieht. Und das ist ja wirklich der absolute Hammer. Also, liebes Warnchen, das ist mega, mega schön. Oh, ich freue mich. Das sieht toll aus. Das kommt an meine Wand hin. Das könnte ich niemals an meinen Schlüssel oder nicht an meinen Schlüssel, an meiner Tasche tragen, weil ich immer Angst hätte, ich würde das verlieren. Ich habe mir eine ganze Zeit lang jetzt einen Eisbecher von mir dran gebaumelt an die Tasche. Und da habe ich auch gesagt, wenn der jetzt verloren gehen würde, wäre es jetzt nicht so schlimm, weil es eben mein eigenes Kram ist. Er hängt zwar noch dran. Also, den trage ich jetzt bestimmt schon fünf Monate an der Tasche. Finde ich ganz cool, dass das wirklich auch so bombenfest hält. Ich habe das richtig halt gut zugemacht. Finde ich ganz super. Aber ich hätte halt Angst, dann sowas dran zu baumeln. Oder wenn jetzt zum Beispiel der Eisbecher von der Liebenswache wäre, würde ich nicht dran baumeln können, weil ich Angst hätte, das würde kaputt gehen. Und ja, das ist richtig, richtig niedlich. Hier hat sich auch noch ein Karabiner dran gehangen, dass ich mir den theoretisch so irgendwo anhängen kann. Werde ich mir definitiv an die Wand so mit dem Schleifchen hier dran hängen, weil das wunderschön ist. Und ja, ich werde dir jetzt sofort eine Sprachnachricht senden und mich bei dir bedanken. Und ich würde sagen, liebes Warnchen, du hast es mehr als ein Schwarzer getroffen. Und du brauchst da wirklich nie Sorgen machen. Ich sage ja nur Adventskalender. Das war ja auch genau das Gleiche. Das war ja der Hammer. Apropos, das habe ich dir auch noch nicht gesagt, liebes Warnchen. Ich habe schon ein paar Sachen für unseren diesjährigen Adventskalender gefunden. Tatsache. Wenn du wüsstest, was dich schon erwartet. Ja, da dürft ihr euch auch schon mal freuen. Weil wir machen tatsächlich wieder dieses Jahr einen Adventskalender, ihr Lieben. Und ja, da darf sich Warnchen auch freuen. Aber jetzt kommt ja natürlich dann auch ihr Geburtstag im Oktober. Und du kannst dich schon mal darauf einstellen, dass ich dich damit ärgern werde. Weil wie du mich geärgert hast, so ärgere ich dich natürlich auch. Das habe ich letztes Jahr auch gemacht. Das war relativ fies teilweise. So nach dem Motto, ich weiß was, was du nicht weißt. Habe sie damit richtig schön neugierig gemacht. Und ja, ihr Lieben, das war's. Also vielen lieben Dank an dich, Svanchen. Du wirst es gleich in meiner Sprachnachricht hören. Und ja, absoluter Hammer. Und ich hoffe, euch hat das chaotische Video gefallen. Und wir sehen uns dann in einem nächsten Video, wie ihr Lieben. Bis dahin. Tschüss, Eli.